Sooo... Ist das traurig... Ah, an den komm ich jetzt wahrscheinlich... Doch, wohl doch, an den komm ich jetzt noch an. Yay! So, wie würde ich jetzt alles tun? Klingt wie so eine Botanikerin, ey. Ach ja, stimmt, ja. Ja, jetzt hört mich grad wieder auf. Äh, die Musik hatte ich ausgeschalten, weil die so extrem laut war. Und man die Leute halt nicht einstellen konnte. So wie bei den Geräuschen zum Beispiel. Ach komm. Alter, du kommst jetzt mal. Oh ja, die kannst du nicht schmelzen. Die sind richtig awkward fucking kacke. Ich will dich jetzt mal. Was geht? Oh ja, ich kann dich nicht angeln. Ich komme noch nicht darauf. Guck dir euch an, die da dippen. Guck dir euch an, die da dippen. Wow, das... Oh, komm! Schau mit vor.